jö also ich wollte die kopfarmine oben aufbauen dafür brauchen wir 15 türme müssten eigentlich reichen ein paar mehr strommasten fließbänder normale fließbänder da immer zwei stacks davon so dann rosa module für die mining drills alle was fehlt hier eisner ja wo wird das eisen gerade verballert bei den grünen chips ja hier ist echt ein problem okay wir machen das so ich gehe jetzt nach oben baue die kupfermini wieder auf und dann werden wir das hier das gewusel hier die ganzen ärmchen und fließbänder werden ein bisschen auseinanderpflücken und anders gestalten also ja ich hätte gerne pufferkiste aber das ist keine pufferkiste gerade das wird alles instant weitergeleitet und ich habe das gefühl dass es zu langsam weitergeleitet wird alles staut sich hier ja das sollte sich eigentlich nicht staunen genau weil es auch hier im falschen arm gemacht wird das ist nicht gut dann mach mal dich weg und dich weg und dann lassen wir es einfach so durchlaufen das heißt jetzt genau das rückt nach und nach weiter weil die ärmchen dann die halben ärmchen benutzen um das rauszunehmen nicht die ganzen ärmchen wenn die ganzen ärmchen das nicht schaffen die sind irgendwie schon langsam kann das sein es wird nur langsam nach produziert ok 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 trotzdem kriegt er hier mal wieder ein bisschen speed aber wenn es nicht allzu viel bringt aber sieht auf jeden fall einheitlich aus so genau ich wollte es nach oben kupfermine aufbauen und wenn die kupfermine steht gucken wir uns das da unten machen und ich brauche unbedingt bald neue erzmine also eisenherz ja sniper gewehr ist auch bald fertig das wollte ich auch noch testen und bald sieht echt schick aus hier 0 smog das wird sogar auf der minimap angezeigt mit grün das ja schick oder habe ich ganz zufällig dass auf das eine grüne feld gelegt ne ne davon nehme ich auch immer wieder mal was mit, damit sich das schön weiter ausbreitet. Pro Samen halt drei Stück, pro Resin drei Samen. Dann bitte hier temporäre Tür. Können wir auch offen lassen, wir müssen gleich wieder zurück. Nimm, 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 nimm. Kohle brauchen wir grad nicht. Strommasten sind noch da. Hier irgendwo wurden die gleich zerstört. Ja, hier ist Ende. Hier legt noch ein bisschen Zeug rum und das war's. So. Genau, das heißt wir bauen jetzt einfach hier. Gibt mir mal ein paar Strommdinger. Eins. So, ne? Ja, ich glaub schon. Bauen jetzt einfach hier ne Mauer. Obwohl das ist Overclip. Wir müssen einfach nur hier einen kleinen Bereich machen. Dann müssen sie ja dann vorbeikommen, um da ranzukommen. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Türme schon aufbauen. So. Machen wir mal 5, 5. Direkt von rechts werden sie nicht kommen, oder? Dann baue ich hier auch nochmal drei hin. So. So. No, forschungsfertig. Ich hab sie weggeklickt. Und dann 1, 2 Abstand, 3. 1, 2 Abstand, 3. 1, 2 Abstand, 3. Und die werden nicht außenrum laufen, denke ich. Und wenn, kriegen sie durchgehend Beschuss ab. Weg, du weg, du weg. Näääh. Könnte nicht hier durchlaufen. Da kommen die Türme gar nicht erst ran. Okay, vielleicht noch einen weiter. Du. Da, genau. Oh, sieht gut aus. Dann können das hier wieder weg. Zing, zing. wo sind wir denn da sind ja man glaube ich die immer ein thema ein thema ein ja hier ist wichtiger okay so das sollte jetzt reichen also sehr sehr unwahrscheinlich dass sie direkt von oben kommen denn hier ein schwenk rum machen an der küste lang und den hinten oben an die dinge daran kommen das glaube ich einfach nicht so das reicht jetzt weg also stromversorgung für die drills so ja da ist richtig da 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 und fertig so die da du ich kann es nicht ordentlich sehen so 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 jetzt müssen aufteilen so dann bleibt da unten was übrig da hinten was übrig was können wir alles noch nachträglich machen ein noch ja komm ein kriegst du da noch ein fließband und fertig so ganz viel erz wird da unten gebracht und das fließband wird hoffentlich nicht von den preis angegriffen sonst müssen wir es echt irgendwie schräg runter machen oder unterirdisch das war die eine sache kommen wir laufen fließband zurück das geht schneller zack tue zu genau also ich habe vergessen produktivitätsmodul reinzulegen aber wir hatten eh nicht genug das ist in ordnung du du hättest gerne eine gib mir kiste gib mir kiste und hier ist eine bittschönen kiste du hättest gerne es ist was was ist falsch du bist der bittschönen kiste du bist eine gib mir kiste wobei das beides über eine kiste laufen kann wir brauchen normale engines und grünen chips grünen chips normale engines da auch 100 so dass wir sind da reingelegt woran hapert seine normalen engines ist okay wie schutz allgemein hier bei den ganzen übel sache aus schwer öl ist leer leicht öl ist leer petroleum gas ist voll schwefelsäure ist voll sehr schön das heißt es mann mit mann momentan hier an kupfer platten da an eisen platten da an grünen chips das war die falsche kiste da grünen chips so stelle bitte blaue chips her das kommt in die passiv provider chase das ist richtig warum habe ich da gerade eben schon was so da unten ist das es gab übrigens auch ein hinweis für die robo ports dass ich doch eventuell komisch aus warum sind die mal so die sehen irgendwie schräg aus egal robo ports ist doch eventuell die die tag robo ports benutzen könnte weil die eine wesentlich größere reichweite haben muss ich mal gucken dazu müssten wir erst mal forschung weitermachen seit wir haben wir jetzt erforscht das können gleich mal bauen so die tag robo port der da braucht 45 blaue chips da schon mal krass er hat eine supply area von 100 mal 100 und construction area von 200 mal 200 wie viel hat der normale robo port die hälfte davon also doppelt so eine große reichweite das ist schon schick aber 45 blaue module das ist garstig na gut dafür ist er halt hat er so viel reichweite wie vier normale robo ports wenn ich es richtig sehe es ist schon ordentlich was könnten wir sonst noch erforschen viel ne ja viel geschwindigkeit der roboter cargos heißt der roboter fünf rote science packs productivity modul 4 es kostet echt nur fünf rote ihr erforscht das bitte mal es dürfte recht schnell fertig sein okay die dinge sind alle am schnell laufen das ist in ordnung strom ja strom sieht langsam schon nicht mehr so gut aus und wie schon in den kommentaren geschrieben und von mir ein paar mal erwähnt ich sollte die akkus aufbauen sonst haben wir in einem angriffsfall echten problem sowohl ist eine stelle für unsere akkus hier oder die reihe da ist nichts geplant nicht direkt machen wir einfach hier mal so neuner block jeweils rein nein keine rocket defense bauen also ja das war jetzt die wo ist das da das haben wir gerade erforscht das ging recht schnell nee das da ja genau so speed modul 3 kostet 3 pollution modul pollution cleaning modul nö effektivitäts modul nö batterie mk2 schild mk2 klingt praktisch bessere solar energie ist teuer shotgun shale damage das klingt gut aber blaupausen klingt besser damit ich meine wälder abreißen kann von robotern so akkus füllen sich schnell werden aber auch die paar werden nicht für einen ordentlichen angriff reichen denke ich aber können sie ja später alle auch durch mk2 akkus ersetzen und so weiter das finde ich übrigens richtig richtig schick bei die tech dass man das alles wesentlich kompakter bauen kann weil ne alte welt unsere akku anlagen einmal komplett um die gesamte basis rum ist ja trotzdem teilweise nicht gereicht das ist recht krass und hier kann man alles wesentlich komprimierter bauen weil es halt von allen t2 t3 t5 10 module gibt das ist ja wie auch hier bei unseren boilern apropos boiler darum müssen wir uns auch noch kümmern also die boiler hier so weiter ausbauen dass wir die da hinten abreißen können aber jetzt zuerst mal hier die nummer eins splitter wir setzen einfach ein splitter hin ich glaube es auch am einfachsten da 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 dann hätte ich gerne einen schnellen splitter dann gucken wir mal ob der das gleichmäßig verteilen kann so dann kommt von oben das an das geht da runter wusch ja problem ist dann genau das ist dann die falsche oh angriff was wird beschädigt mauer wird beschädigt vierzehn türme schießen oh stopp 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 was sagt strom strom sagt kein problem ja ok die haben wohl alle einmal geschossen und dann war es das äh genau splitter plastik stopp du musst es anders handhaben mach das hier mal weg sammeln bitte mal das hier alles ein genau äh du ja du kommst dann von hier kommst von da machst hier einen bogen gehst da hoch gehst da hoch gehst da rauf du hörst damit auf ja das ist schön und gut also es kommt jetzt auf jeden fall viel mehr viel schneller unten an wir haben keine hemmschwelle mehr hier durch die ganzen greifärmchen und die kisten aber wir haben auch keine kiste mehr das finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so schön aber ich hätte doch ganz gerne Pufferkiste wobei also bei allen anderen Produkten haben wir die Pufferkisten oben damit wenn sich das auf dem Fließband staut äh die Kisten gefüllt werden aber gerade bei Eisen und Kupfer sollten wir es wahrscheinlich eher so machen dass die Pufferkisten unten hinkommen dass nur Sachen eingelagert werden wenn sie ganz durch das Fließband durchrauschen können also hier unten eine Pufferkiste quasi